Toll Ruis, er wirkt jetzt hier irgendwie saft und kraftlos. Jetzt holt er noch mal alles aus sich raus. Er wutet stark aus der Nase, der Weltmeister. Macht irgendwie ganz eigenartige Bewegungen. Das war der ganze Holyfield, der hat mir noch mal Morgenluft gewittert und versucht jetzt natürlich noch hier endgültig alles klar zu machen. John Ruis, er sieht hier alles andere als frisch aus. Die letzten Sekunden hier in diesem Kampf. Und da klammert er sich über die Zeit, John Ruis.